Nee, der ist tot, oder? Nee. Hä? Aber hier links war doch noch einer, oder? Da. Was machst denn du da? Tanzt du den Mambo? Nur für mich? Okay, da unten liegen Leichen. Wo Piotz denn noch? Nicht von da hinten durch den Baum. Laber. Wupp. Wapp. Puff, puff. Von wo? Was ist denn los? Wo denn? Was denn? Alter, echt jetzt? Ich seh den nicht mal und er sieht mich durch die Bäume. Hässiges Kind. Schweiche aus. Ich bin der Ausweicher. Piu. Piu, piu. Au. Hässliche. Oh, jetzt speicherst du. Toll. Nein. Nicht durch den Baum. Stürb mal. Ach, ihr Halunken. Ach, ihr Halunken. Ach, ihr Halunken. Ihr Halunken. Böse Buben, ey. Halunkis. Es sind auf jeden Fall auch Markierte dabei. Hui. Klong. Mit dem Headset gegen das Mikro. Ja, auch mein Kopf hat Hui gemacht. Der darf das. Hi. Heddy. Heddy. Aschi. Penis. Armi. Ja, ja. Piu, piu. Und wo denn jetzt schon wieder? Moniz. Piu, piu. 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 Irgendwo da. Gut, du schießt völlig falsch. Aber es ist okay. Wenigstens ist einer mal nicht ganz helle. Oh. Ja. Ja, okay. Hat mal jemand ein bisschen Rüstung für Mutti? Ja, Heilung ist auf. So. Kann man machen. Ist auch geil. was hast du denn da? Ähm. Push. Ist das nicht so eine mit... Keine Ahnung. Bist du eine Schrot? Nee, dann hättest du keine 330 Schuss. Nimmst du die gleichen Schuss wie die hier? Nö. What are you? Dodo. Dodo. Oh, da steht jemand. Also hier so irgendwo. Können wir gleich mal testen. Schrot? Schrot? Fragezeichen? 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 Jemand der Hage? Das ist keine Schrot. Oh Gott, wie ich diese Waffe liebe. Boah, scheiße. Ist das ein Schalldämpfer vorne drauf? Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Allein der Sound. Ich bin so verliebt. Könnte man mit der wieder ein bisschen, ne? Dankeschön. Danke schön, Spiel. Ah, hier sind besagte Zelte, wo die durchschießen können. Am I right? Ah, wahrscheinlich erst mal. Ich bin so schlecht. Und jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Was tust du? Du bleibst so schön stillstehen. Alarm, Alarm. Da ist noch einer. Ah, ich habe keinen Schuss mehr. Ich habe keine Munition mehr. Aber ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sah dich. Jetzt sehe ich dich. Was ist los? Dein Schein ist ernst. Oh, hi. Tschüss. Warum? Warum? Oh, Alter. Worin? Ja. Ach so, durch Zelte schießen. Stimmt, ich vergaß. Juhui! Und was ist jetzt an? Durch Zelten schießen? So dramatisch? Nee, ich bin hier drinnen. In eurem Lager. Du guckst falsche Richtung. Penis. Ja, komm mal hoch. Peekaboo. Peekaboo. Schade. Ich krieg noch nix. Peekaboo. So. I wanna take a look here. This is great, joh. Oh. 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 Da. Ah, macht der Peekaboo. Peekaboo? Peekaboo. Tschüssi, Boo. Hier soll ich rein, ne? Kantine. Warum sollte ich in die Kantine? Why should I go in to the Kantine? Oh. Was war denn das? Wow. Womit, äh, was tust du? Womit campst du da gerade? Was machst du? Das klingt nach was Großem. Würde mich gerne umgucken hier. Bevor irgendeine Sequenz kommt und ich weggehen muss oder so. Feld. Oh, sehr bequem. Das schönste zählt von allen. Admin. Hat er auch ein traumhaftes Bettchen? Oh, hi. Oh, hi, Hedy. Du warst der Admin. Karte. Schluckflugkarte. Ja. Könnte ich, muss ich nicht. Obwohl, wenn die... Hi. Wenn die Sniper-Money haben, dann muss ich diese haben. Ah. Oh, was? Stirb. Bitte sei tot. Alter, wenn er mich einmal trifft, bin ich tot. Sniper-Munition. Hab ich jetzt? Lade nach. Hab ich den echt gekriegt? Hab ich den echt gekriegt? Heißt das, da hinten ist noch so ein... Ja, mach mich fertig! Oh, Gott. Runter, runter, runter. Runter! Runter, 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 runter. Der lebt ja doch noch, der hässliche Odin. Heilige Scheiße. Odin. Wo denn? Wo denn? Rüstung wäre geil. Okay. Ja, ich will. Wo bist du denn? Warte mal. Halt mal Fresse. Nervsdezent. Warte. Warte, warte, warte. Ach, Mann. War schon mal besser. Ich war schon mal besser. Hallo. Nee? Aber wo ist denn der hier mit... Mächtig Peng und so. Schup, schup. So, hier... Ist... Auch kein... Of course. Wo bist du denn? Himmel. Wo ist er denn? Ja, von wo? Von wo, du Kasper? Ah, okay. Ja. Also, Spiel, ne? Da fällt mir nichts mehr ein. Okay. Jetzt sind da auch wieder andere Heinis. Von da, wo ich nichts sehe. Mein Gott. Wo ist er denn? Momenten, Momenten. Warte. Ja, ja. Ha! Hässlicher! Mein Gott, ey. Man kann aber auch die Zimt nerven. Darf ich jetzt hier mal ins Zelt, bitte? Ja? Ha! Nö, Käppi muss ich jetzt nicht zwingend. Ha! Oh. Leicht kaputt? Ne, aber Käppi passt nicht zum Hawaii-Hemd. Hat nur ein Problem, Mann. Hä? Von... Hä? Schießt ihr etwa auch aus dem Zelt? Genau. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ja. Ja. In einer Frau ist auch gerade nicht so möglich, ne? Den, 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 den. Ich würde nur gern jemanden sehen. Weil so durch Zeltwände ist schon... Also wenn ihr im Zelt steht, da wird's strange. Aber da scheinen die nicht reinzukommen, oder? Hm. Oh ja, wir rennen uns den Arsch auf. Klik, 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 klik... Klik, 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 klik. Ja? Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Alles meins! Also von dem, was ich... ...nehmen kann. Das habe ich vermutet. Das habe ich vermutet. Nee, das ist mein Fahrzeug. Achso. Fahrzeug, Fahrzeug. Was ist da drinnen los? Genau, genau. Ja, ja, wahrscheinlich. Okay, ich glaube, ich muss mir noch mal irgendwo Stuff holen. Ohne zu sterben, wenn es geht. Äh. Hier, Stuff. Alter, euer Ernst? Das ist voll unfair. Extrem unfair. Ach, ich habe schon Heilung. Okay, dann habe ich jetzt halt nochmal. Habe ich zufällig? Ach nee, ich habe die ja weggepackt. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt an das Zelt ran? Also das... Crytek. Das war behindert. Dezent behindert. Das scheint echt nur noch dieser eine Typ. Naja, gut. Und andere, die ich nicht markiert habe wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, es scheint nur noch dieser eine Typ zu sein. Aber wenn ich nicht alle markiert habe, dann... Dann. Und so. Ach hier, der Tower ist umgekippt. Kannst du auch durchschießen? Die Frage ist, kommt man da rein oder nicht? Was habt ihr da? Könnt schon wieder nicht Auto fahren. Merkste, wa? You know what? Ja. Oh nein! Das habe ich jetzt nicht... Was? Jetzt habe ich die beiden Autos zerstört. Ich bin so behindert. Ach ja, toll. Jetzt sterbe ich an meiner eigenen Granate. Äh. Äh. Bringt nix. Bringt n Scheiß. Bringt gar nix. WTF! Habe ich wen erwischt? Ja, toll! Und wann hat der gespeichert? Och nö, ne? Och nö, der hat nicht gespeichert, als ich erst... Ach, als ich gerade ins Camp gekommen bin. Och echt jetzt? Okay, ne Leute, ich bin... Also, für heute... Ja. Schmeiße ich die Patronen weg. Und höre auf. Ach. Das nehmen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder vor, ne? So, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und fürs Erste... Toos-ba-doos.